Hey Leute hier ist wieder Miles mit dem Fancy und wir spielen wieder eine Runde Ghosts weil wir es das letzte Mal ja so richtig vergeigt haben ja jetzt noch schlimmer machen und wir spielen wieder Herrschaft aber wir starten mitten in der Runde hier ein echt habe ich gar nicht gesehen auf jeden Fall ist es die Map Freefall ey die hatte ich noch nie gespielt bisher das war das ist die Vorbesteller Map die ich immer mal spielen wollte jetzt ist sie endlich mal hier drin dann nehmen wir gleich euch mit und übrigens ich spiele mit der AK12 ja im letzten Video wurde ich ja von Fancy bis ins Fettnäpfchen gestoßen das tut mir auch ein bisschen leid ne geht's aber ab Alter ich bin schon wieder voll am ablosen Alter was ist hier los die Map geht ja mal richtig ab ja aber hoch ganz lang hat der wollte gerade rüber klettern aber nicht mit mir wie ich mit Papa Schluck sagst du ja Boah ne ey ich kann nicht zielen ich hab hier übelst den Pink Stich bei der ganzen Map echt ja der ganze Rauch und so ist es halt alles irgendwie so ein bisschen Pink ist es ein Gay Hack oder was ist es nicht Gay Hack hat ja auch noch nicht von gehört ne wenn es pink ist Alter was ist denn das richtig vorne lecken hinten stecken oder was so nett war ja da hat BAM oh Granate ich glaub mal zu A Alter hier sind voll die Granaten am Start Alter vier Granaten auf einmal Hallo ich komm mir grad vor wie auf Battlefield 3 Metro ohne Scheiß ich sichere A nicht mehr das war grad wie auf Metro weißt du wo die Granaten die um die Ohren fliegen als gäbe es kein Morgen mehr ja Alter ich hab grad 325 Prozent zahltag gekriegt oh ruckel 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 oh oh Alter geht jetzt hier ab fast gar nicht zahltag Retta hallo ich hab keiner auf dich geschossen hallo hallo oh von hinten von vorne von hier ja von oben und unten hier und da nirgendwo und überall das ist voll der Gangbang hier Alter ja ja oh ich hab schon wieder eine KD äh äh da äh ne ich sollte mal ein bisschen mehr auf die Map achten da sieht man ja mal schön die Gegner momentan ja das mach ich auch nicht Alter das ist hier so alles am rumballern dass die Runde vorbei ist ja super ja geil ja auf jeden Fall ja das ist echt geil weißt du wir kommen hier rein und verlieren erstmal und konnten nicht mal wirklich viel zu beitragen ja na gut äh ja toll ich war nur der letzte Film hier haha da dumm aber immerhin 4 zu 8 ist eine 0,5er HD äh KD das das besser als in der letzten Runde ja was waren das da 6 zu 35 45.000 irgendwas 6 zu 9 ich bin schon wieder fast äh ein Objekt freigeschaltet Tontaumeschütze erledigen sie einen Gegner der sich in der Luft befindet der war zwar nicht in der Luft der war grad am klettern aber ok ok gut Operationsfortschritt ich muss erstmal alle Spieler hier stumm stellen die Quatscheln nicht schon mehr echt scheint bei mir aus zu sein ich höre mich nix das ist gut ja ich weiß gar nicht ob man das im Hauptmenü jetzt irgendwie einstellen könnte könnte kann ich hab's nicht gesehen und dachte mir scheiße das wird bestimmt irgendwann sein aber war zum Glück nicht so ok aber ich höre mich nix ohhhh 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 ah hier die Map ist geil das ist mein Lieblings Map ok also ich habe gerade doch jemanden gehört der grad mich ähhhhh gemacht ja den hatte ich auch in der Runde dafür ja ich habe jetzt erstmal alle stumm geschaltet ja wo geht denn das ich konnte jetzt glaube ich nur den einen stumm ein aus einfach nur den Namen anklicken und dann stumm aber das sind ja nicht alle sondern nur der eine oder das ist nur der eine wie jetzt alle geht keine Ahnung ist doch egal aber der hat ja in der Runde größtenteils seine Fresse gehalten ja ich spiele übrigens mit der ARX 160 kenn ich nicht haha mit äh laser pointer und äh rotpunkt visier was bei mir die Form eines Schurikens hat das ist cool ich hab halt ich hab solche normale äh ja das ist ja alles von dem Vorbesteller DLC irgendwas ja Vorbesteller hab ich ja auch da fand ich aber äh das Visier irgendwie scheiße ja das ist halt die Schmackssache das lege ich natürlich erstmal in die Minion wo keiner ist das macht Sinn irgendwann wird da bestimmt einer mal sein so da hatte ich schon direkt meinen neuen Rang bin ich schon 23 schon ja ich bin 15 run out eh keiner noch doch der ist da ich frage es wo pass auf oh ich seh nix oh war unser sichern vom B ok hammer ja von hinten von hinten gibt's kein Kindergeld der ist so alt ah verdammt da sind die Kinder schon Rentner ey alles egal ich weiß der hat schon so ein Bart oh Gott oh ha ha schön in meine Mineränge ran Furzkopf 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 ja ich hab sogar zwei primär Minen bei immer man muss das ja irgendwie ausbrechen wenn man schon schießt wie so ne Mutti wir haben die Führung verloren immer schön das ganze Feld verminen würd da zwölf Stück von mitnehmen wenn ich könnte also ich brauch definitiv ne neue Maus oh aufgestiegen hey ich bin 16 also Rang 16 ok wäre schön wenn ich wieder 16 wäre ach das waren noch Zeiten ah damals jung und knackig waren wir da süße 16 sweet little 16 hm bin ich vorher bei 18 ma genau das war jetzt kraftvoll die Schleichwerden ich glaub ich hab grad einen Hund gekillt es tut mir leid nicht verbindete Satcom aktiv so hat man Satcom an Start gebracht ach Gott wir verlieren A wir haben A verloren verdammt wir verlieren C oh Gott woher hab ich halt das verlieren wir unsere Ehre und unsere keine Ahnung was ich verliere langsam meinen Verstand das ist ok zählt das auch das muss ja auch mal sein ne ey was ist das nicht für ein Holzkopf alter da steht neben der Flagge anscheinlt die einzunehmen nö nö du nimmst die Automaten wenn du da neben stehst ne der war statt der drei Meter weiter weg und rennt dann weg wo ich angekommen bin anstatt sie zusammen mit mir zu sichern ne geht ja nicht schneller nein ich muss mal eben einen Abschuss mit meiner sekundären Waffe machen wurde mir so gesagt oh ey verdammt hier nicht geschafft Zahltar nach immerhin die haben die haben einen Satcom zerstört oh ja ey ich bin doch so ein Vollhonk alter ich hab noch nicht einen Kill hier oder was ich hab glaube ich schon so ein, zwei ey das gibt's doch nicht ich wie hab ich denn 6 zu 8 auch nicht so der Wahnsinn die Schnauze du hast 6 zu 8 ich habe 0 zu 12 das äh da besteht auf jeden Fall so ein bisschen Suizidgefahren jetzt ist einer meiner Granate reingelaufen aber nicht gestorben jetzt hab ich nur einen Assist das ist eine Fickscheiße Fickscheiße Boah du verfickter Hurencamper Abschuss ist das Fluchenmann scheiß Camper Boah erster Kill so Satcom habe ich auch schon mal verdammt da hatte einer einen Wolf ja ist rastig aber aus hier oh jetzt 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 sollten wir alle in Deckung gehen Aaaaaaah oh toll ach nee 7 zu 9 diesmal ist das ja bei mir noch halbwegs akzeptabel aber das sollte man nicht sagen allgemein sollte man hier in der Spiel sowieso nicht auf die Statistik gucken äh vor allem nicht wenn man Miles heißt da läuft einer direkt an mir vorbei oh Gott ey da läuft einer direkt an mir vorbei vor mir und ignoriert mich wolltest du mir grad eine Miene schenken oder was ja ich dachte so oh boah hat der mich natürlich auch noch mitgenommen kurz Kopf ey so ein Spacko ey alter nein warum nur ey ach alter das ist meine Lieblingsmesserweise ich müsste hier mal ein bisschen Leistung zeigen ich kann so nicht arbeiten es ist einfach nicht zu kassel erledigt Abschluss des Zweiten schon wieder Stalker oh comeback und gleich tot ey mal ein kurzes comeback Abschluss des Führenden mal ein bisschen pausen sie haben das gezielt drei nicht und noch ein Satkom hinterher ich wollte noch einen Kill dann hab ich vielleicht endlich mal meinen Baubau ähhhhh die kennt doch irgendwo einer die kennt überall welche mal irgendwie so ne aber ich konnte die Flagge gar nicht einnehmen verbindete Satkom aktiv da hinten ist ein Geschütz was man uns holen kann ey es gibt's nicht ich seh den auf der Map und renne genau in seine Fresse alter ja haha das kenn ich oh jetzt muss ich nachladen aufpassen hier bam jetzt hab ich nen Lauf sag das nicht zu laufen nen kleinen Lauf nen Einlauf nen Einlauf ja na ma manchmal auch nen Auflauf erstmal Satkom zerstören und erstmal ins Leere schießen alter die cappen alle bei B ok also nicht cappen aber da waren grad vier Leute ich bin bei A da bist du gut Satkom Verbindung aktiv Satkom Verbindung aktiv so jetzt holen wir uns B wir verlieren zu wir verlieren Alpha ok boah boah hat er mich weggebampt wegbampt wegbampt ruhig mit Ä und M sechster sein ist schön sechster sein ist schön sechster sein ist schön sechster sein ist schön so sollte es lieber nicht weitergehen vierter boah 3100 Punkte hab ich grad gekriegt krass ja wir werden beschossen huch 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 rechte Taste ich glaub das ist die perfekte Map für schrotty schotty pippen ja für schrotty für schrotty wir verlieren Arme wir verlieren EXP wir verlieren unsere Bürde und ihren Stolz woher nicht boah ne was mach ich denn für eine verfekte Hurenkacke ich weiß nicht was machst du denn für eine verfekte Hurenkacke wir haben SD verloren jawoll äh toll es ist nur ach man ey da liegen drei Leute liegen wir zu dritt bei A und ich werd erschossen ist ja wieder typisch oh hat da gedacht hat da gedacht boah so kurz mal aufladen hier so jetzt gib dir mal so ein bisschen rückendeckung 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 guckst du manchmal auch auf die Karte äh selten hier wurde ich gecampt oh boah alter oh ich bin tot von hinten ja hart von hinten direkt hinter dir sein am Beshotty zu spät it's too late ah toll aber ich bin direkt wieder bei dir pass oh 10 kills es rührt ja langsamer hier ich hab zwar ziemlich viele Deaths aber hier sind immer noch so 16 zu 19 also ich hab immer so ne Differenz von 2 bis 3 Kills das find ich uncool ich sterb einfach zu oft das ist mein Problem Abschluss des Führenden haha oh diese Mini sind so fies die werden auch alle so fluchen ach der lag da oh man schießt doch noch voll ne Ahnung wusstest du übrigens dass es das Perk für Erniedrigung gibt wo du die dir einen Teebeuteln kannst echt? ja kriegst du Punkte für ist ja blöd ich find das lustig Teebeuteln ist irgendwie so voll oldschool und ich glaub nicht dass es jemals alt wird äh aber ich bin bei C noch jetzt nicht mehr von wo war kam ach da oh was ey ich bin doch so behämmert wie soll das immer ja ich seh den durch die Wand hier ne weil er ja markiert war da und dann trifft er mich trotzdem ok man stirb doch mal ey das kann doch nicht wahr sein ja was soll man dazu sagen also von mir kann man jedenfalls nicht behaupten ich hätte ein Aimbot so viel steht schon mal fest ich hab noch Weckerhorn ich hab noch Weckerhorn der dich gerade gefiltert oh der ist ja schon tot 18 zu 23 Hallo Schade 13 Kills ja das war das auf jeden Fall die Wunde Excuse me nicht unbedingt dein Traum aber besser als die Runden auf Form Fancy wie ein Fuchs guckt ihr die an hier Ja ich hab da glaub ich zwei Mie hier wir haben jo vielen Dank für das Zuschauen die Statistik gut langsam besser bis zum nächsten Mal Tchao